Sieben Tage in den Bergen. Ein Abenteuer inmitten herrlicher Natur und tragischer Geschichte des Ersten Weltkrieges. In dieser Folge wandern wir von Sechsten über den Karnischen Kamm bis zum Obstanzer Sattel. Der Knierberg heißt der da hinten und der hat in dem Gebiet eine unmöglich geologisch unterschiedliche Situation geschaffen. Da ist alles so schief, ganz brüchig und da haben sie sich in die Ehrgemästigen graben.